Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von die Sims 4 in der 100 Baby Challenge. Ja, unsere zwei Mädels sind in der letzten Folge älter geworden, Chris Alfred und Conny Alfred. So, sie müssen aber gleich mal was essen. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Jo, sieht so aus. Dann kannst du mal einen Happen essen. Bla bla bla. So, und du müsstest gleich mal duschen. Ja, ja. So, Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Du willst erst mal duschen, okay? Du kannst hier noch aufräumen. Hoppala, so weit wollte ich nicht. Was hast du denn? Weinen, weil. Dreckig. Dreckig. Er badet erst mal, okay. Bist du jetzt sauber? Nö, nicht wirklich. Äh, von Bränden. Gebadet werden von Bränden. So, machen wir das so. Soll er mal was tun, wenn er schon hier wohnt? Nein, du lässt sie jetzt in Ruhe. Du gehst schlafen. Ja, sie ist übrigens auch wieder schwanger. Äh, das ist nebenbei dann auch noch was, was mir jetzt aufgefallen ist. Schwangere Sims können älter werden. Das war ja lange Zeit nicht so. Ähm, weiß nicht, warum sie das geändert haben. Aber sie haben es offenbar geändert. So. Du hast dir was zu essen geholt. Sehr gut. Chris ist draußen. Spielen. Mach sie doch nicht kaputt. Mit Puppen spielen. Wobei, ihr könntet auch hier mal bitten, mitzuschaukeln. Genau, Conny. Ja, Lektionsspinnerin. Äh, sie ist häufig verspielt. Das ist aber okay. So, die zwei Mädels können mal hier so schleffst du dumme Nudel, danke ich nicht. Dann kann sie auch gerade noch die Wäsche machen. Sauber, feucht. Okay. Hängst du gerade mal die Wäsche noch auf. Du bist versorgt, oder? Ja. Kannst du hier hinrutschen? Kannst du hier hinrutschen, meine Liebe? Ja. Offenbar nicht. Dann verbring Bauchzeit. Mach das mal, dass du was lernst. So, wo ist Conny? Conny hat Hunger. Sie ist halbwegs wach, ja. Dann kannst du danach eigentlich hier noch das Klo machen. Ja, du redest mit ihm, das ist okay. Er muss aufs Klo. Er könnte gehen. So, was solltest du noch machen? Ach so, du kannst hier einmal noch fertig backen. Kannst du nicht. Brendan hat ein neues Fischspezies, der Sammler bestimmt. Okay. Was solltest du noch machen? Schlafen auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal schlafen. So, die können leider nicht malen, die Kleinen. Das könnte sie aber bei Gelegenheit noch fertig machen. Könnt ihr Schach spielen? Oh, sie können. Cool. Da kriegt jemand Hunger. Brendan. Gefüttert werden von... Von Bränden gefüttert werden, genau. Mama darf da noch weiter schlafen. Oh, Brendan hat kaputt gemacht. Dann darf Mama gerade mal reparieren. Ach so, das Klo sollte sie noch sauber machen. Nicht verwenden. Putzen. So. Hergestellt von Bränden. Hunger? Wie sieht es bei dir aus mit Hunger? Geht so. Geht so. Du könntest aber das mal aufessen. So, Conny hat folgende Tuning-Teile erhalten. Sehr gut. Ah, und du könntest hier mal das noch Wäsche machen, genau. In Waschmaschine stecken. Habt ihr eigentlich Zusatzaufgaben? Ne, Zusatzaufgaben haben sie glaube ich beide nur nicht. Ist ja der erste Tag. Du hast die Hausaufgaben noch gar nicht fertig. Du, 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 meine Liebe. Nur zur Hälfte erledigt. Müssen die zur Schule? Ne, die haben noch einen Tag. Okay, das ist okay. Ja, die ist ein bisschen übel, ne? Meine Liebe. Ähm, du schlägst dich aber bitte nochmal wieder schlafen. Und du könntest die Wäsche noch waschen. Wär super von dir. So, du bist gefüttert. Was machst du? Was ist das? Äh, leg du dich mal lieber schlafen. In Haya gehen. So. Sehr gut. Sie macht brav ihre Hausaufgaben. Sie hat so ein bisschen die Frisur von Conny, ne? Andere Farbe, aber ansonsten gleiche Frisur. Sie hat dagegen völlig andere. Ich glaube, sie kommt doch frisurtechnisch eher nach dem Papa, ne? Wer ist dein Papa? Ja. Alfred, der hat ja ein bisschen so die Richtung von der Frisur her. So, Hausaufgaben fertig. Sehr gut, Conny. Sehr gut. Äh, dann kannst du hier mal ein bisschen mit experimentieren. Das ist vielleicht auch dein Ding, oder? Und du kannst mal... Das normale... Was ist denn das normale Outfit? Sie hat sich auch was zu essen geholt. Ist auch okay. Hat die Logikfähigkeit erworben. Sehr gut. Level 2 der Mentalfähigkeit erreicht. Auch sehr gut. Und irgendwas ist kaputt gegangen. Dem Geräusch nach. Ich frage mich auch die Waschmaschine. Okay. Conny. Rohrleitungen reparieren. Ist leider ein Fall für dich, Conny. Und dann darfst du das hier gleich auch noch reparieren. Wenn wir schon dabei sind. Vielleicht können wir so langsam da mal was verbessern. Welchen Level hast du denn? Wir brauchen Level 5. Wir brauchen Level 5. Und wir sollten mal was Vernünftiges kochen. Spätestens wenn die Dana älter wird. Brauchen wir was Vernünftiges. Rühren mit Speck. Mach das mal. So, wir haben Tuning-Teile erhalten. Das ist schon mal gut. Das ist die Frage. Wie ist die Wäsche? Sauber, trocken. Sehr gut. Kannst du das noch machen? Müde hin oder her? Du bist müde. Du, meine Liebe, kannst dich hier mal schlafen legen. Schlafen. So, wie sieht es bei dir aus? Du müsstest mal aufs Klo. Mit brennendem Plaudern. Achso, Outfit ändern. Genau. Dann kannst du mal aufs Klo gehen. Und dich auch mal schlafen legen. Post wurde zugestellt. Okay. Conny, das ist dann wieder ein Pfeil für dich. Du kannst dann nachher noch Post holen. Achso, was hattest du eigentlich eben in der Post? Ach, da ist das Tablet. Das Drei-Käse-Hoch-Tablet. Das machen wir mal da hin. Das Auto auch. Kleines, klassisches Gemälde. Ach, das hat es ins Inventar gepackt. Deswegen war das plötzlich verschwunden. So, das können wir da hin machen. Das kommt in den Kühlschrank. Oh, und wir können jetzt auch ansäen. Sehr gut. Dann machen wir hier vielleicht. Wobei, wir brauchen keine Beete. Wir können ohne Beete säen. Kann am besten im Winter. Herbstpflanzen. Was habe ich hier? Sommerpflanzen. Da sind wir noch falsch. Auch Sommerpflanzen. Sind wir auch noch falsch. Blumen für Einsteiger. Können die Kili's das auch? Samenpaket öffnen. Dann macht das mal. Besitzt nicht genügend Mentalfähigkeit. Aber generell könnten sie es. Besitzt auch nicht genügend Mentalfähigkeit. Dann musst du das tun, meine Liebe. Pflanzen. Pflanzen. Da muss ich mal gucken, wie ich Mentalfähigkeit äh Verbesser. So, das kann ich mal... Ich glaube, ich glaube, ich habe mich ein klarer... Ja, ja. Mach ruhig. So, kannst du hier bitte gerade mal... Okay, das geht nicht. Wäscheleine hängen, ist sauber und klatschen nass. Aber du kannst gießen, oder? Bewässern. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das überall machen muss, oder ob sie das... Ich pflanze das so und sie pflanzt das mal einfach irgendwie hin. Das ging wahrscheinlich besser, wenn man das mit Beeten macht, ne? Aber... Hauptsache, wir haben Pflanzen. Gießt sie jetzt nur die drei, oder gießt sie jetzt alle? Wir haben doch Frühling, ne? Ja, wir sind im Frühling. Okay. Ja, du bist müde, ich weiß. Du kannst dich danach auf Schlafen legen. Ach, der Bruder ist da. So, du kannst ihn mal begrüßen. Äh, hereinbitten. Herumblödeln. So, du machst das sehr gut, meine Liebe. Wie steigere ich denn deine Mentalfähigkeit? Äh, Mentalfähigkeit am Wissens... Und am Schachbrett verbessert werden. Okay. Dann darfst du noch ein bisschen Schach spielen. Wenn das so ist. So, Meilenstein anpusten. Freigeschaltet, okay. Was machst du denn da überhaupt? Wütend. Weil? Will wieder hoch, weil abgesetzt wurde. Äh, mehr Auswahl. Bauchzeit verbringen. Mach das halt. Ah, du bist müde. Okay, ne, dann keine Bauchzeit verbringen. Dann leg du dich mal lieber schlafen. So, leg du dich mal schlafen. Sie wird eh bald älter. So, Conny schläft. Was auch gut und wichtig und richtig ist. So, du bist die kleine Spinnerin. Du spielst. Ja, ja. Leg dich doch schlafen. Einfach schlafen legen. Alles gut. Alles gut. Achso, und Conny hat die Post geholt, ne? Äh, was war denn da drin? Spielzeug. So, und nochmal Spielzeug. Actionfigur. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie noch verkaufen oder was wir damit machen. Da haben wir Torte. Die kannst du eigentlich gerade mal noch weglegen. Und dann darfst du dir was zu essen holen. Öffnen. Nimm du mal ein Stück. Sehr gut. So, du hast Level 2 der Mentalfähigkeit. Das ist sehr gut. Und dann kann sie vielleicht bald noch ein bisschen im Garten helfen. Level 3 der Mentalfähigkeit erreicht. Sehr gut. Könnte sie jetzt? Bewässern brauchen wir nicht. Nach Würmern fragen. Nach Würmern fragen. Lilly hat die neue Fischspezies Glasaugenbarsch bestimmt. Okay. Du kannst das nicht wegräumen. Schade. Geschichte über Bettwanzen erzählen. Ne, das machen wir nicht. Hat Conny zufällig Dünger? Ich glaube aber nicht. Ne, Dünger hat sie keinen. Du willst dir ein Gericht nehmen. Das ist völlig okay. So, Conny. Können wir eigentlich mal das Bild hier fertig malen lassen. Fühlt sich zu unwohl. Wollt schmutzig. Dann gehen wir mal duschen. Ach. Du bist da. Hereinbitten. Ja, die Schwester ist inzwischen groß geworden. Sehr gut. So, du fühlst dich wieder gut. Sehr gut. Dann kannst du das ja fortsetzen. Du würdest gerne ins Bett. Ja, geh du mal. Leg dich mal schlafen, meine Liebe. Ja, du schaukelst. Das ist auch schön. Was leveln die dann? Motorik. Ah ja, auch sehr gut. Uh. Ich finde das schön, wenn die in dir ab dem Alter werden. Das wird richtig entspannend. Ich meine, auch wenn sie schon Kleinkinder sind, ist es schon deutlich entspannender. Weil sie doch schon vieles selber machen können. Dem Alter ist halt noch ein bisschen schwierig. Wobei, zumindest weiß man, was sie wollen, was sie wünschen. Das weiß man bei den anderen ja nicht immer so. So. Du könntest... Achso, er hat schon aufgeräumt. Dafür macht er da immer... Hoppala. Da wollte er... Achso, genau. Kalender. Weil er hat einen Geburtstag. Die Zwillinge haben heute... Ne, die hat heute... Okay, die müsste heute noch älter werden. Räum das mal auf. Und du kannst sie auch richtig hinlegen, meine Liebe. So, er muss los, ja. Das ist okay, dass du los musst. Jetzt legt er da auch noch ein Ding hin. Warum fängt er die ganze Zeit die Dinger an und macht die nicht fertig? Christopher hat die Pflanze Löwenmäulchen erforscht. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, bin mal gespannt, wie die Pflanzen so werden. Die ersten sind schon mal zumindest da. Gucken wir, dass wir Gartenfähigkeit kriegen. Ich würde jetzt gerade noch warten, bis sie das Bild fertig hat. Nebenher noch ein bisschen mit Brandon McCloud plaudern. Ja, so unser Übernachtungsgast. Deswegen wohnt er gerade für zwei, drei Tage hier. Und wie lange ist denn das vorbei? Morgen ist er noch da. Okay, heute noch und morgen noch. Und dann geht er auch wieder. Das war die einfachste Methode, ihn rumzukriegen. Und es ist manchmal hilfreich, weil sie sind doch eine gewisse Hilfe im Haushalt. Weil ich kann den Kindern sagen, mach. Und das ist schon ganz angenehm. Ja, ja. Jetzt mach dein Bild fertig, Conny. Ja, darüber komme ich immer noch nicht so wirklich hinweg. Jetzt sind es wieder zehn, eben waren es neun. Ah, schwangere Sims können nicht älter werden. Ach, da hätte ich drauf gehen müssen, ich muss. Okay. Da hätte ich drauf gehen müssen. Ich war da drauf. Aber da drauf geht das nur. Okay, Meisterwerk fertiggestellt. Und das verkaufen wir noch, dass wir wieder Geld haben. So, dann kannst du das hier auch mal gleich noch aufräumen. Und, äh. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir dann auch die heutige Folge, ne? Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Ja, wenn es vielleicht... Äh, ja, soll sie verkaufen? Sie ist noch im ersten Trim... Ne, sie ist schon... Ach, ne, zweites Trimester in fünf Stunden. Also ich denke mal nicht, dass wir in der nächsten Folge äh, die Babys schon kriegen. Aber in der übernächsten wahrscheinlich dann. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass es wieder Zwillinge sind. Weil wir haben jetzt den Platz. Ja, und damit sag ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.